Musik 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 Ja, erklärt, also die E-Speeder-Line-Engine ist eine E-Line-Lösung mit der man eben auf fünf verschiedenen Medien jammern kann. Also man sieht das sehr gut auf diesem Bild also wir wollen eben die Vorteile der verschiedenen Medien kombinieren, um so eben einen Lernerfolg zu ermöglichen. Also lernen kann man mal am PC selbst dann am Fernseher, also am Media-Center am Mobiltelefon am Android-Player und am PDA also auch mobiles und gebundenes quasi und ja, was unsere Vision war, also eben auch ein Lernerfolg für jeden Lernlücken also wenn man mehr so authentisch ist, dass man sich eben auch den Beweis anbauen kann, so als Ergänzung und eine immer aktuelle Lernplattform weil wir haben uns gedacht, eben Bücher, unsere Lücken das kostet Geld und wir können Teichnode nicht mehr so aktuell sein also bei unserem System kann man das alles sehr schnell ändern also man muss nur in den Muschel reingehen und kann dann sofort die Lerninhalte auch wieder, je nach Bedarf und eben dann so viel für unseren Kunden ist eben, dass man die Fortnichtung effizient gestalten kann kann man Könntet ihr euch vorstellen, an einem Mobiltelefon etwas zu lernen? Ehrlich, aber auch nicht Ich würde jetzt sagen, ihr könnt euch beeindrucken oder beeinflussen Könntet ihr euch das vorstellen, mit eurem Mobiltelefon etwas zu lernen? Ja, man lernt sowieso was mit dem Mobiltelefon Man lernt den Umgang mit dem Mobiltelefon Aber ich meine, jetzt könntet ihr euch vorstellen mit dem Mobiltelefon etwas zu lernen, was es nicht mit dem Mobiltelefon zu tun hat Zum Beispiel, könntet ihr euch vorstellen Vokabeln mit dem Mobiltelefon zu lernen? Ehrlich? Nein, ich schaue dir die Situation ein Ein klares Nein Okay Die Frage ist, wie lernen sie jetzt? Ja, die Frage ist, wie lernen sie jetzt? Aber das Sinn und Zweck einer Idee oder einer Revolution Ich will es jetzt mal hochgegriffen formulieren ist, dass man sich mit Dingen beschäftigt die sich Menschen derzeit nicht vorstellen können Ich weiß Ich kann nur noch kleine Geschichten aus meiner Anekdoten aus meiner Vergangenheit erzählen Ich konnte mir zum Beispiel früher nicht vorstellen ein Mobiltelefon zu haben mit dem ich SMS-Nachrichten verschicken kann Damals, als Mobiltelefone rausgekommen sind hat kein Mensch SMS verschickt weil es so ständig war es war einfach Warum soll ich nachher Ich rufe doch da lieber an Sag ihnen das, was ich sagen will Warum soll ich ein SMS verschicken? Heutzutage werden, ich glaube 70 Millionen SMS im Jahr verschickt in Österreich alleine Nein Das sind für uns Vorstellungen denen wir uns damals nicht beschäftigt haben die aber jetzt Alltag geworden sind Jeder verschickt Heutzutage in SMS Alles Mögliche Ich bin in zwei Minuten zu Hause SMS Ja Und das sind eben dass man sich auch im mobilen Lernbereich mit Dingen beschäftigen soll die weit ab von dem gehen was derzeit Standard ist Man muss visionär denken man muss irgendwas erreichen wollen Und da kann man eigentlich zu dem Ansatz der jetzt heutzutage viel verfolgt wird das ist eben dieses Lernen überall Lernen wo immer man will wann immer man will Voraussetzung man will lernen man will sich weiterentwickeln Niemand kann bezwungen werden zum Lernen weil der nicht lernen will der lernt eben nichts überhaupt bei US ich habe vor allem ihr in der w Untertitelung des ZDF, 2020